Die Unternehmerin sitzt da und sagt, ja, ich überlege mich gerade, mich von meinem Mann zu trennen. Mir war aber auch schon klar, die Ehe, die sieht nicht gut aus. Nicht anfassen, abends nicht mitgegangen, solche Geschichten. Die meisten Unternehmer-Ehepaare, die ich eben auch kennenlerne, sagen auch, dass sie viele Herausforderungen haben. Und da helfe ich halt. Außer jetzt bin ich kein Eheberater, die uns vor kurzem gesprochen haben. Auch selbst da behaupte ich, habe ich vor kurzem erst, glaube ich, eine Ehe sehr gut mitgerettet. Was ist da passiert? Da gibt es schon auch eben in der Ehe Reibereien am Ende aller Tage, sie hat das Unternehmen gegründet. Unfassbar tolle Unternehmerin und auch so richtig anpackt und hat dann ihn mit in die Company genommen, nachdem er seinen Manager-Posten aufgegeben hat. Und auf einmal musste er sich mit ihr betteln. Das klingt schon in Satz 1, wo ich so denke, oh wow, das ist ja zum Scheitern fast verurteilt. Genau. Und vorher, ich habe auch beide jetzt letztens gefragt, wie war denn eure Ehe vorher? Viel, viel besser. Warum tut ihr euch das an? So und dann, wenn Psychologe auch gebraucht sind, das wird manchmal gebraucht, steige ich aus. Da habe ich ja wieder in einem Netzwerk und sage, hey, pass auf, ich würde dir empfehlen, geh nochmal da oder da hin. Also ich mache keine Sachen, die ich nicht kann. Das ist zum Beispiel, was mich auch so nervt, in meinem Trainermarkt. Es gibt viel zu viele davon. Das ist wie Makler, kann jeder machen, sowie auch Trainer. Ja, einer macht eine NLP-Ausbildung und hat dann schon NLP-Praxis und fängt an, dein inneres Kind zu therapieren. Zu therapieren. Wo ich sage, Alter, lass mal gut sein. Weil mein Bruder da natürlich auch ein bisschen geprägt ist, Diplom-Psychologe und NLP-Master-Trainer, der mich auch zum NLP gebracht hat. Und wenn du eben mit Menschen zu tun hast, denen viel Leid angetan worden ist im Leben, machst du halt ein bisschen Walt Disney, setze ich ins Kino, machst die Bilder schwarz-weiß und alles ist weg. Das ist für viele Dinge sicherlich gut, aber eben auch nicht für alles, wo du halt ganz andere Werkzeuge brauchst. Das heißt, wenn du sagst Ehepaare, dann geht es tatsächlich um Ehepaare, die beide im Unternehmen sind. Genau, die zusammen in einem Unternehmen arbeiten. Ich dachte jetzt, es wäre so der Unternehmer und die Lehrerin-Frau beispielsweise. Nein, sondern Ehepaare, die zusammen im Unternehmen arbeiten. Das meine ich. Da habe ich niemanden gefunden, der sich darum kümmert und da ist auch ein großer Bedarf da. Weil ich kann ja beide, ich kann die Business-Seite gut, weil ich weiß, wie Geschäft geht und ich weiß, wie du Vermögen schaffst. Ich weiß, wie Mitarbeitergespräch gehen. Ich weiß vor allen Dingen, mein Schwerpunkt ist natürlich schon, der Claim ist, ich mache Deutschland wieder vertriebsfit. Also, ja, eben, weil ich glaube, dass das der größte Ebel Vertrieb ist. Entweder bist du Produktgetrieben und Innovationsgetrieben. Das habe ich ganz oft, wenn ich mit Startups zu tun habe. Ja, ich kann nicht verkaufen. Dann sage ich, dann lass das die Firma sein, weil du pitchst ja auch. Auch dein Pitch-Deck oder Seed-Money einsammeln ist ja verkaufen. Erstes Date ist verkaufen. So, weißt du alles. Und da helfe ich und natürlich auch da zu vermitteln in Entspannung. Und dafür habe ich genug Coaching-Ausbildung in meinem Leben gemacht. Ein guter Coach stellt eh nur gute Fragen. Und dann kommen die Leute drauf und wenn du mal eine Meinung hast, dann sagst du, wie du das von außen siehst. Aber du entscheidest ja nicht. Ich entscheide ja nie was im Coaching. Ich stelle nur Fragen. Ein Satz ist mir total ins Gehirn geschossen oder geblieben. Erstes Date ist ja auch verkaufen. Ja. Ich glaube, erstes Date ist eher einkaufen. Du entscheidest sowieso nicht, ob du kaufst, weil die Frau entscheidet, ob sie dich lässt. Ja, auch das verstehe ich. Aber alles vor dem Arbeitsgelogen, das weißt du. Alles vor dem Arbeitsgelogen. Ja, das verstehe ich. Und, wäre der verkäuferische Hinweis. Und, also wenn ich an, wenn man so Dating-Shows guckt oder so. Ja. Und immer wenn da jemand sitzt, der sagt, das ist übrigens der Vorteil von mir und das ist der Vorteil von mir und das ist der Vorteil von mir. Dann denke ich, um Gottes Willen, das ist so ganz schrecklich, weil jemand, der die ganze Zeit schreit, hier, das sind die, ich meine, das ist auch ein wahrscheinlich schlechtes Verkaufen zu sagen, hier ist der Vorteil von mir und hier ist der Vorteil von mir. Irgendwo gibt es doch eine goldene Mitte, wo ich sage, eigentlich will ich doch was von dir wissen. Aber es ist ja auch nicht so, du machst erste Date und sagst, nee, Schatzi, setz dich mal da hin, nimm mal einen Zettel raus, jetzt zeig dir erstmal alle meine negativen Eigenschaften. Machst du ja auch nicht. Das verstehe ich. So, das ist schon auch eine Art von Verkaufen, was ich aber auch glaube, da, ähnlich wie im Verkaufen, gebe ein schönes Beispiel, in einer meiner Masterminds, Namen sind ja immer Schall und Rauch, sitzt ein Unternehmer drin und bei meiner Mastermind K2, sage ich, ich habe ja Unternehmerin da oder Unternehmer, macht das auch erst seit zwei Jahren, ist ja auch noch am Anfang, baut das auch gerade erst auf, geht in die dritte Gruppe im Juni. Und ich sage immer, der Vorteil bei meiner Mastermind ist, du kannst eben auch deinen Ehepartner mitbringen, wenn du möchtest. Jetzt nicht mit in die Tagesveranstaltung, aber dass du gemeinsam frühstücken oder deine Kinder, weil wir in schönen Locations sind. Und in einer der Masterminds war dann eine Unternehmerin dabei mit ihrem Mann und dem Kind, drei Jahre alt. Und alle ganz, also Kind mega erzogen, super höflich, so ein Kind, wo du sagst, nehme ich auch. Ja, so. Und Elisabeth war auch mit, Elisabeth hat eine unfassbar hohe, wirklich emotionale Kompetenz und eine unfassbar hohe Intuition. Wenn ich manchmal vorher in Flamme sage, guck da nochmal hin oder guck da mal, mega, die hilft mir sehr. In der zweiten Woche mache ich dann immer die Frage, der Unternehmer kommt sozusagen auf den heißen Stuhl, wie geht es dir, wie geht es deinem Unternehmen, was gerade deine größte Herausforderung hat. Die Unternehmerin sitzt da und sagt, ja, ich überlege mir gerade, mich von meinem Mann zu trennen. Das ist gerade meine größte Herausforderung. Alle von den anderen zehn Teilnehmern, krass, in der ersten Woche, das sah doch so toll aus. Das hat keiner von denen gecheckt und holt auch keiner Glauben. Ich sitze dieser Frau irgendwann mal abends gegenüber beim Essen und dann fand ich eine Sache sehr krass. Und das passt zu dem, was du gerade gefragt hast, finde ich. Wir sind jetzt 16 Jahre zusammen und ich habe meinem Mann noch nie meine Bedürfnisse gesagt. Ich unterstelle, die wird auch noch nie ihr Mann ihre sexuellen Bedürfnisse gesagt haben. So, und das ist eben das, was ich meine. Darum scheitert auch so viel in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, in Partnerschaften. Schau mal, wir gründen jetzt, Brian Tracy will das wieder nennen, ihr wollt euch schon drinnen, aber ich glaube, das ist trotzdem gescheit heute. Wir gründen jetzt, zu dritt habe ich ja gesagt, aber wir schließen oder wir bauen jetzt schon in die Verträge ein. Was ist, wenn einer raus will? Was ist, wenn einer verstirbt? Wie ist das mit den Erben? Da kommt es schon rein, wenn einer heiratet, da muss er einen Ehevertrag haben und so weiter. Du musst es halt heute einfach tun. Das heißt, ich sage auch heute immer allen, mach auch schon dein Ausstiegsszenario mit rein. Dass da alles sauber ist. Schau mal, das ist auch der Grund, jetzt verrate ich dir noch ein Geheimnis, was keiner weiß. Andrea und ich wollten immer einen Ehevertrag machen. Haben wir nie geschafft. Wir hatten mal einen auf dem Papier zusammen gemacht, der Notat hat den aber notarial nicht gemacht und so. Und dann haben wir uns hingesetzt erst im Nachgang und haben das gemacht. Und ich muss nochmal sagen, Kompliment auch an diese Frau, sie hat immer gesagt, dein Geld, deswegen habe ich dich nicht geheiratet, sondern ich als Typen habe ich geheiratet. Und das ging total smooth, ich war überhaupt nicht gestritten. Es war wirklich sehr easy, ich glaube, ich war auch sehr großzügig. Deswegen gab es eben auch keinen Stress und deswegen können wir heute auch zusammenarbeiten, weil da wird ja meistens gestritten. Auch nochmal an alle da draußen, die genug Vermögen haben, sei einfach großzügig. Ich habe auch von einem Anwalt gelernt, bei Scheidungen, wenn du der bist mit dem Geld, gib dem, der kein Satz 60 Prozent, behalt 40, du kannst es nochmal neu machen und du hast keinen Stress mit deinen Kindern und mit der Trennung. Fand ich einen coolen Tipp. Interessante These. Ja, fand ich auch eine interessante These. Ich glaube, das werden die wenigsten tun. Und deswegen hat das auch so gut funktioniert. Schau mal, wir waren jetzt eingeladen vor kurzem auf einer Veranstaltung, da waren auch ganz viele Alphatiere. Ich habe nur Fragen gestellt und meine Freundin Elisabeth sagte hin, der zu mir im Auto, da war ich wirklich gerührt, sagte, ich bin richtig stolz auf dich. Sag ich, wieso? Ja, guck mal, du warst da an diesem Tisch, wo wir gesessen haben auf dieser Gala, wahrscheinlich einer der Erfolgreichste, wenn nicht der Erfolgreichste. Und du hast nicht mein Haus, mein Boot, mein Auto gemacht. Und das geht aber auch nur deswegen, weil ich so war. Heute sehe ich das und muss es halt nicht mehr. Wir waren vor kurzem mit jemandem essen, auch mit Freunden. Irgendwann sagt sie zu mir, Martin, du bist so ruhig. Also die Frau von jemandem isst irgendwas und ich mache da jetzt kein Fass auf, abends an einem Tisch in netter Runde, in Anführungsstrichen. Ja, alles gut. Das war einer der schrecklichsten Abends in meinem Leben. Einer meiner Freunde war auch mit, mein Sohn war mit. Der Typ hat nur mein Haus, mein Boot gemacht. Und weiß, warum das so cool ist und ich verurteile den nicht, um Gottes Willen, dass wir gesprochen haben. Aber ich war auch so. Dem hat noch keiner gesagt, dass er lieb ist. Dem hat noch keiner auf den Arm genommen und gesagt, ey, du bist wertvoll. Und der ist noch in dem Kampf des Selbstbewusstseins und der ist auch noch nicht in seinem Selbstwert angekommen. Weil ein richtig guter Typ, der hat es gar nicht nötig. Und der merkt es gar nicht, weil er niemanden hat, glaube ich, der ihm das sagt. Und das ist das Problem auch bei so vielen Alphatieren, bei so vielen Menschen, die viel Karriere machen, dass sie niemanden mehr haben, die ihn runterholen und mal sagen, ey, komm, Ben, alles gut. Und das stelle является vielyunender In верю가. Und das stelle dann noch an. Das stelle dann auch bei so vielen Alphatieren währende. Und da ist auch bei so vielen Alphatieren. Vielen Dank.